Nach Baby Neves, erste Kugelpix von PLL Trujan Belisario Trujan Belisario, 32, ist wirklich schwanger. Im Dezember 2016 heiratete die Präti-Littler-Lears-Darstellerin Suits-Star Patrick J. Adams, 36. 37. Seit Anfang des Jahres kursieren nun Gerüchte, dass die Schauspieler ihr erstes gemeinsames Kind erwarten – bisher hat sich das Paar zwar noch nicht zu den Spekulationen geäußert, aber diese Bilder sprechen nun Bände, jetzt sind Schnappschüsse von Trujan aufgetaucht, die ganz eindeutig zeigen, dass sie schwanger ist. Auf den Fotos, die dem Online-Magazin e. Neves vorliegen, führt die 32-Jährige gerade ihre zwei Hunde aus, unter Trujans lockerem Tanktop zeichnet sich eine deutliche Barblükegel ab. Dem Umfang ihres Bauchs noch scheint die Kalifornierin sich bereits mindestens im fünften Schwangerschaftsmonat zu befinden – Patrick und seine Frau werden also vermutlich noch in diesem Jahr Eltern werden. Auch Trujans Präti-Litle-Lears-Kollegin Sashapitase, 22, hat im vergangenen Mai ihren Schatz Hudson Sheafer geheiratet. Ob die frisch vermählten auch schon ihren ersten Nachwuchsplanen, ist aber noch nicht bekannt. Hättet ihr gedacht, dass Trujan wirklich schwanger ist? Stimmt ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017